Wir üben gleich Jungen Reiter. Ja, wenn ich sie jetzt vorher galoppieren lasse? Ja. Kann ich so viel beibringen, dass ich einen Ausdruck schmeißen wollte? Das kann ich mir nicht beibringen. Nee. Das kann ich mir nicht beibringen. Was schmeißt sie denn in den Ausdruck? Immer bei Caro. Die Das kann ich bisher einstellen. Vielen Dank. Sie können uns in der Mitte get museum dive umjörne.